Ziel. Wow. Alter. Wow. Mann. Ihr seid ja sowas von. Ah, da ist doch Boat, das Ding schon. Toll. Dürfte ich vielleicht dieses Power-Up haben? Ich glaube, ich muss die einfach weglocken. Und dann kann ich da auch hin. Nein. Nein. So kurz davor. Ich kriege die Krise. Leute, ich kriege die Krise. Sowas muss nicht sein. Sowas muss doch auch nicht sein, oder? Toll. Jetzt kann ich hier von Anfang an als kleiner Popel durch die Gegend schwimmen. Das gibt es doch nicht, ey. Das kann ich nicht mit meinem Temperament vereinbaren. Jetzt können wir aber hier unten durch, wenn wir wollen. Vielleicht ist das eine Abkürzung. Boah, da kann man ja nur was haben, wenn man ein Kleines. Flipp. Das erinnert mich auch ein bisschen an dieses Gameboy-Spiel von... Wer ist das denn? Heißt das auch Super Mario World? Ich weiß gar nicht mehr. Da gibt es ja auch so eine Welt. So ein U-Boot oder so, ne? Man kann es kaum steuern, ey. Der schwimmt einfach nach oben, weißt du? Ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es nicht einschätzen, Leute. Ich kann es nicht einschätzen. Mannu. Mannu. Ich heule gleich. Nicht. Ich habe hier euch veräppelt. So jetzt, komm. Renn doch, du Penner. Du alter Klempner, du. So dumm. So dumm. So dumm kann doch nur ich sein, ne? Mal gucken, wo wir jetzt wieder sind. Ich habe nicht... Die haben nicht gespeichert, ne? Kacke, Mann. Ja, zumindest habe ich das hier noch. Ich spiele mal jetzt wieder bis zum Schloss. Also passt gleich, Leute. Ey, tut mir so leid. Tut mir so leid. So, Leute. Ich habe mal wieder wieder hingespielt. Habe jetzt einen Safe State erstellt. Und ich hoffe, der Controller funktioniert jetzt durchgehend. Und ich hoffe, jetzt haut mal alles hin. Das ist ja so ein Fail-Let's-Play. Ein Let's-Fail ist das schon fast. Das ist ja traurig, ey. Ich dachte, dass ich das ein bisschen besser hinbekommen hier. Aber naja, man muss mit dem Leben, was man bekommt. Ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Ich freue mich überhaupt, dass ich das überhaupt Let's-Playen kann. Gibt ja bestimmt auch durchaus Leute, die würden gerne Let's-Playen und deren Rechner schafft das nicht oder so. Also beschwere ich mich jetzt mal nicht so. Scheiße, ey. Das hat mich doch noch gar nicht berührt. Was für ein Radius hat das denn, bitteschön? Was ist eine Toleranzgrenze? Mann. Was ist denn das, ey? Was ist denn das, ey? Was ist denn das? Was ist denn das, ey? Willst du das schaffen? Das ist Mini-Mario. Das ist doch unschaffbar. Unmachbar. Kann ich vielleicht irgendwo noch so ein... So ein Ding bekommen? Nö, leck mich. Fick das! Geh weg! Geh sterben! Schön oben bleiben. Na toll. Na toll. Wow, wow, wow. Schnell. Ich will's haben, ich will's haben. Schnell. Oh ja, und jetzt, 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 jetzt will ich's schaffen. Ich will's unbedingt... Achso, die sind nicht schwer eigentlich. Die sind nicht schwer. Ach, dann muss ich von unten gegen klopfen, stimmt. Sorry, sorry Leute. Ich muss ja nur gegen klopfen. Ups. Ja, okay. Scheiße, ich hätte, ich hätte ein Snapshot machen müssen. Ich hätte es machen müssen. Dann hätten wir uns jetzt das sparen können hier. Na ja, egal. Mach ich das nochmal. Komm, wir sind jetzt geübt, wir sind ja jetzt hier Pros. Pros. Mich nervt das Level zwar schon, aber okay. Dieses Spiel kann einen wirklich zum Nervenzusammenbruch bringen. Ey, ist einfach so. Habe ich eigentlich einen Snapshot gemacht? Ich erstelle mal schnell einen. Wartet mal. Jetzt habe ich definitiv einen gemacht. Ihr halt seht es. Na komm. Du hast luck, du. Hast luckischer Stein, du. Boah, fast wieder verloren, das Ding. Mann, 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 Mann. Hier gibt es auch noch irgendwo einen Geheimgang, wo man auch mit einem Schlüssel in den Secret Exit kommt oder so, glaube ich. Ich wähle das aber nicht mehr. Tut mir sorry. Oder einfach nur in einem Bonusraum oder so. Irgendwie sowas gibt es auf jeden Fall. Das weiß ich. So, warten. Und los, 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 los. Und schön, schön, schön. Ja, genau. Hier warten, 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 bis der Fisch weit genug ist. Der Fischbone. Voll die Marke, ey. Ja, toll. Warum kriegen wir hier nur einen Pils? Egal, den können wir vielleicht auch gebrauchen. Das einzig Schwere ist eigentlich nur, diesen Scheiß hier auszuweichen. Und aufzupassen, wo man hintritt. Na komm. Noch einmal treffen. Nein! Du behinderter Kackspast. Nein! Nein! Wie dumm. Mö, 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 mö. So, spiele ich von hier weiter. Ey, ist das beschissen oder ist das beschissen? Ich dachte, ich kann jetzt nicht mehr sterben, wo ich die schon besiegt habe. Aber nö, 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 nö. Ist ja ein Spiel für Erwachsene. Da geht es richtig zur Sache, Junge. Jo, mensch, da geht es richtig zur Sache, ich sag's euch. Na komm. Dim, 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 dim. Ich bin schon gespannt, wie viele Parts ich hiervon wieder löschen darf. Wegen der, äh, Inhalte, Inhalten, wegen den Inhalten Dritter. Weil, sobald irgendwas beansprucht wird, dann lösche ich das Video immer sofort. Mir doch wurscht. Als ob sie irgendwas dafür kriegen. Nö. Da muss Nintendo sich erstmal wieder, mh, Gedanken machen und sich auch benehmen. So wie in der Zuhzeitmachern, da bin ich überhaupt nicht einverstanden, dass die Geld damit verdienen hier. Und ich will auch nicht irgendwelche doofen Verletzungen von irgendwelchen Rechten auf meinem Kanal haben. Das will ich nicht. Das dulde ich nicht. Kacke. Sollen wir jetzt aufpassen? Fuck, ey. Ich muss mich auf diese Plattform draufstellen. Ich muss mich draufstellen. Ich denk da nicht dran. Ich muss mich einfach da draufstellen. Das ist daran so schwer. So ein Idiot bin ich, ne? So ein Idiot. So ein Letz. Richtiges Letz Fail. Ich bin gerade am überlegen, ob ich es Letz Play oder Letz Fail nennen werde. Weil eigentlich passt es eher zu Letz Fail. Ich glaube, ich nenne es Letz Fail. Wir kriegen hier ja nichts geschissen. Seht ihr, wir kriegen nichts geschissen. Nichts. Komm runter, du. Du Kackstein. So ein Stein, den man in der Toilette hat. So ein Kalk-Kackstein-Dingsmus. Komm. Ich flippe gleich aus. Haben die Entwickler sich bestimmt auch gedacht, dann haben die so einen Soundtrack dazu gemacht. Und wo man dort wunderschön zu singen kann. Ich flippe gleich aus. Das passt doch voll gut zu dem Beat. Ich kann nicht mehr, Herr. Ich verkacke nur. Ich verstehe es nicht mehr. Warte. Ebenen Safe State machen. Oh, Junge. Ey, scheiße, scheiße. Der Controller funktioniert mehr. Er funktioniert nicht mehr. Nein. Ich kann nichts machen. Der Controller funktioniert nicht, Mann. Fuck, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Was los? Ihr wolltet mich verarschen, oder was? Alter, ich flieb gleich aus. Ich flieb richtig aus hier. Hört die los. Na ja, bis gleich. So, es geht wieder. Mann, 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 ey. Über diese Controller-Probleme und so. Ich muss da drauf kommen. Und. Letzte Chance. Wow. Ich muss unter ihn kommen, irgendwie. Okay. Sollten wir geschafft haben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und, haben wir es endlich geschafft? Endlich haben wir den Scheiß geschafft, ey. Mein Gott, ey. Ist wirklich ein Letzt-Fail. Tatsache. Man sieht wahrscheinlich auch immer noch schön den Mauszeiger und so. Ah Mann, ist das alles peinlich und kacke. Aber. Es macht Spaß. Und. Es dürfte euch auch. Freude bereiten, das zu sehen, denke ich mal. Wie ich hier feile und. Vollidiot-Spieler. Mann. So bin ich halt. So bin ich. So müsst ihr mich lieben. Okay. Ihr müsst mich lieben. Ihr müsst mich lieben. Ja, so ist das Leben. Ja, scheiße. Jetzt habe ich verkackt. Kacke, ey. Muss ich hier wieder einen wunderschönen Safe-State machen. Denn. Bevor ich hier wieder verkacke. Und Game Over gehe. Weil das kann ich mir sehr gut vorstellen. An dieser Stelle bin ich sehr oft abgestorben. Weiß ich noch, ey. So eine absolute Hassstelle von mir gewesen. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch genau. Egal. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Schlimm. Dimm. 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 Ab und zu darf man hier einfach nicht zu voreilig sein. Weil sonst hat man schon. Boah, da mussten wir den Cooper mitnehmen. Hat zum Glück hingehauen. Müssen wir ein bisschen warten. Dann hoch. Cooper. Wow. Wow. Ja, das war gut. Das war nicht schlecht. Das war, das war gut, ja. Das war voll, voll gut. Ich bin gut, jo. Ich bin gut, jo. Ey, jo. Nicht scherz. Wow. Das meiste ist ja nur Glück. Scheiß auf den Scheiß da unten. Scheiß auf den Scheiß. Ne. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab's nicht mehr in Erinnerung, was muss ich denn da machen. An dieser Kackstelle. Ich hol mir gleich ein Bot. Ein Cheat. Ein Cheat dich einfach. Wenn's das überhaupt gibt. Für dieses Spiel hier. Ich hab irgendwas mit Cheats gesehen. In diesem Emulator. Ach guck mal, warum machen wir nicht einfach so? Ist doch viel einfacher. Ich mein, so geht er zwar auf die Ausgangsposition zurück. Aber hey, wen interessiert's? Wow. Ja, schön schwer. Diese Kacke ist schwer. He, he, he. So könnte man echt. Könnte man wirklich Punkte sammeln, beziehungsweise leben? Hätte man sich hier viele holen können. Theoretisch, denke ich mal. So, was soll ich jetzt hier machen? Mir bleibt ja nichts übrig, außer hier zu warten. Ah, okay. Es geht sogar runter. Okay. Wow, langsam mal rüber hier. Und Festland. Festland. Yay. Wow, jetzt bloß keine Scheiße bauen. Fuck. Okay. Ich würd gern ein Power-Up haben. Bitteschön. Bitte gib mir ein Power-Up. Oh, ein Leben. Naja, immerhin. Ach nö, jetzt geht's auch noch weiter. Wow, nicht so schnell. Chill. Nein. Hier hab ich gespeichert. Na, das ist natürlich top. Ganz toll. Nee, das ist doch... Unglaublich. Boah, ich dachte, ich sterbe jetzt noch. Ey, ich bin so geil. Jetzt übrigens, wer es noch nicht mitbekommen hat, ein Jump'n'Run-Spiel. Von, natürlich, Nintendo. Und Shigeru, äh... Ja, muss. Du, 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 du Untertitelung des ZDF für funk, 2017